Die kommen alle aus dem Haus, das Verrückte macht. Ein Haus macht Verrückte? Ja, da müsst ihr übrigens auch reingehen. Was sollen wir tun in dem Haus, das Verrückte macht? Ach, das ist einfach. Ihr braucht euch nur einen Papierschein zu besorgen. Ah, das ist ja nur eine verwaltungstechnische Formalität. Sehr richtig. Ja, das ist ja nur eine verwaltungstechnische Formalität. Ja, das ist ja nur eine verwaltungstechnische Formalität. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020